Hallo Leute, ich hab heute mal wieder jemanden ganz... Warte mal, irgendwas stimmt hier doch nicht. Es sieht hier irgendwas anders aus. Viel besser, nicht wahr, mein kleines Würstchen? Hallo Leute, ich hab heute mal wieder meine kleine Playbox-Bummel mitgebracht. Und wie ihr das wahrscheinlich unschwer erkennen könnt, hab ich so viel Post von euch bekommen, dass ich absolut nicht mehr weiß, wohin damit. Ich hab mir gedacht, dass 80% der Dinge, die ihr mir hier geschickt habt, eh viel Bummel sein werden. Und deswegen würde ich sagen, lasst uns mal ein bisschen kranken Scheiß auspacken. Los geht's, Bummel! Wir packen zuerst das Rote aus, weil es uns direkt ins Auge fällt, weil es rot ist, nicht wahr, Bummel? Da wird jetzt gleich richtig kranker Scheiß drin sein, das sag ich dir, dö. Boah, wie das alles stinkt, ey. Mir wurden hier einen Haufen Süßigkeiten geschickt, warum aber alles außer Milky Way, wenn ich doch gesagt habe, dass ich Milky Way so mag? Hä? Hab ich jemals gesagt, dass ich Apfelringe mag? Mau am Dreck. Oh mein Gott. Von wem ist das? Dein Stalker. Okay, ähm, tschüss. Tschüss. Als ich deine Videos zum ersten Mal sah, dachte ich mir, what the fuck? Du bist nicht nur lustig, sondern sehr, sehr lustig. Was ist das denn? Schwarz Kopf. Das macht man auf den Kopf und dann wird der Kopf schwarz. Das ist wahrscheinlich wieder so ein cooles Handtuch, was sich auflöst im Wasser und dann wird es ein Handtuch. Nee, es ist nur ein Stück Seife. Okay, wir machen jetzt ein Suchspiel. Wer findet mich am schnellsten? Der schreibt jetzt, jetzt in die Kommentare. Okay, fertig. Ein Kalender ohne Bilder. Mensch. Da sind echt keine Bilder drin. Der ist leer. So, was wollte ich schon immer mal haben. Danke. Oh, Silly hat am 22. Mai Geburtstag. Wow. Da haben sie sich nochmal richtig Mühe gegeben. Vielen Dank an Silly und Celine. Nee, nicht Silly und Celine. Silly und Christine. Man denkt, wenn man das hochhebt, dass nichts drin ist. Und ich bin jetzt echt gespannt, was da drin sein wird. Au. Aaaaaaah. Oh, ich habe mir gerade voll mit der Schere den Finger gestochen. Ganz viele Styropor-Dinger. Oh mein Gott. Vor allem, warum steht da India? Achso, das hat wahrscheinlich India gemalt. Vielen Dank für dieses tolle Bild von mir als Schwarzer. India, du hast ein riesiges Paket verschickt für dieses kleine Bild. Vielleicht heißt sie auch gar nicht India. Vielleicht wohnt sie in India. Nee, sie wohnt ja in der Schweiz. Und nicht mal irgendwie einen Brief oder so dazu. Okay, Alicia hat auf jeden Fall wieder richtig tolle... Hä? Was ist das denn schon wieder? Zum Verschönern. Uh, Sticker. Heißt das jetzt, dass ich mir das ins Gesicht kleben muss, oder was? Also, wenn ich jetzt nicht cool aussehe, dann weiß ich auch nicht, ja? Deine Schwester und dein Hund sind mega hübsch. Vielen Dank, Alicia. Das hast du ganz toll geschrieben. Josefine. Na, da bin ich ja mal gespannt, du. Weil du Verpackung so gerne magst, habe ich dir hier eine Lehre anzubieten. Mensch, da bist du ja richtig lustig drauf. Hey Joey, und wahrscheinlich auch Danny, der das hier mitliest. Nein, Danny ist heute nicht dabei. Dafür ist eigentlich Wummel dabei, die da vorne sitzt und einfach nicht hier sein will. Ich bin nicht besonders gut in Briefe schreiben. Wummel, und du bist nicht besonders gut im Sitzen bleiben. Okay, Wummel, willst du mal vorlesen? Mann, Wummel, so geht das nicht. Du musst schon mal mitmachen, du bist Teil des Videos. Du bist mega geil. Ich war so glücklich, als du in der neuen Bravo warst. Hast du gehört, Wummel? Ich bin so geil. Das ist weich und verdrückbar. Oh, oh, Wummel riecht was Gutes. Hey Joey, ich habe keine Ahnung, wie ich anfangen soll. Ist egal, wie heißt du? Josefine. Schön, vielen Dank dafür. Ich lese es mir später in Ruhe durch, Josefine. Keine Angst. Milky Way ist mein absolutes Lieblings-Süßigkeit-Schokoriegel-Ding, was es auf der ganzen Welt gibt. Wummel, hast du es gesehen? Das ist alles Milky Way und es ist alles nichts für dich. Du brauchst gar nicht dran rumlecken. Nein, du kriegst keinen. Joey. Nein. Mein Krösch ist lecker, ja? Oh Mann. Es ist immer so schön weich innen drin. Nein, 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 nein. Oh ii, hör mal, wie ich gerade spreche. Hörst du das? Du sprichst so tief gerade. Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vielen, vielen Dank, Josefine. Ich werde dich niemals vergessen. Beziehungsweise werde ich die Milky Way niemals vergessen. Nicht noch mehr Styropor, ey. Ich habe schon die ganze Couch von der Styropor. Das sieht aus wie so kleine Insekten, ey. Iiih. Ich hoffe, dir gefällt das Duschgel. Was für ein Duschgel? Ich stehe ernsthaft drauf, Tasty Unicorn von Jolu. Oh mein Gott. Was ist das? Oh Mann, hier wird alles voll mit diesem Kügelchen, ey. Das kriege ich nie wieder. Mann, wieso musstest du diese blöden Kugeln und eigentlich diese blöde Schlange da rein machen? Flicken Lick Lolli. Kennst du die noch? Ja, ja. Ich will auch. Warte, ich lecke noch das ganze saure drumherum ab und dann kannst du den Kugeln haben. Mika Luflé. Mentos. Mag ich nicht so. Sehr schön, dass du jetzt auch mal wieder hier bist, Wummel. Denn eigentlich ist das Video eins mit dir zusammen. Nein, bitte Wummel jetzt nicht gehen. Bitte Wummel. Nein, Wummel. Bitte bleib hier. Überleg dir das doch nochmal. Wummel. Hier ist alles voller Schweizer Produkte. Das gibt es in Deutschland gar nicht. Oh, woher Malz. Oh mein Gott. Peggy Fred. Das schmeckt nicht gut. Das schmeckt nicht gut. Vielleicht doch mal. Wir wissen nach, was das schmeckt. Ihhh, mit Milchserum. Wie sieht denn das aus? Genauso wie in der Flasche. Peggy Fred probieren wir jetzt lieber nicht. Besteht bestimmt aus Fett und Käse oder so. Vielleicht besteht es aus Frett. Frettchen. Das ist aus Frettchen. Zucker, Palm, Frett. Nein, Fett. Wow. Das ist echt. Das ist echt cool. Hörsebällchen. Das klingt schon total lecker. Die Schmengen ungelogen nach gar nichts. Barbecue-Soße extra hot habanero. Oh mein Gott, die ist wirklich sauscharp. Oh mein. Emi, die ist sauscharp. Emi, die ist sauscharp. Emi, komm, gib mir schnell was zu trinken. Oh mein Gott, ist die scharf. Mhhh. Das wäre das letzte, was ich mir irgendwo kaufen würde. Ein Hörsebällchen. Stell dir mal vor, du hast gerade so ein bisschen Hunger. Jetzt ein Hörsebällchen. Das wäre es. So ein bisschen, was so schmeckt wie gar nichts. Wetten, da ist nichts drin. Hier ist ungelogen nichts drin. Liebe Grüße, Hannah. Fruchtige Orangenstäbchen mit Milchschokolade. Ich hasse Orange. Alles mit Orange und Schokolade schmeckt scheiße. Nein, manchen schmeckt das ja auch. So Leute, die so einen komischen Geschmack haben, denen schmeckt das halt. Okay, das kommt von Emily. Das ist Emily mit 6 bis 7 Jahren und jetzt ist sie 11 Jahre. Warum auch immer sie mir ein Bild von vor 4 Jahren geschickt hat. Oh, von Cindy. Von Cindy aus Ephrätikon. Was für ein Ding? Noch mehr Milky Way. Dinosaurier-Ei. Für den Dino-Fan in dir. Oh, geil. Oh, ist das geil. Das dauert aber 72 Stunden, bis ein Dino aus dem Ei schlüpft. Toll, ey. Bounty. Bounty. Habe ich euch nicht gesagt, ich will Milky Way. Ach, na gut, ihr habt euch gerade so nochmal retten können. Vielen Dank, Ida und Marie. Das Bounty hättet ihr euch sparen können. Ein Geschenk. Oh mein Gott. Dankeschön. So, nächstes Paket. Oh, schon wieder so viel Konfetti. Leute, was macht ihr? Das hätte ich jetzt lieber nicht machen sollen. Lieber Joey, wir sind drei Mädchen, die in die 6. Klasse eines Gymnasiums gehen. Berit und Cola. Ne, Cora. Und Leonie. Für die kleine Wummel. Oh, süß. Ein Schnabeltier. Das gebe ich nicht, womit das behalte ich. Mmh, schmeckt das gut. Milky Way. Oh, schon wieder diese geilen großen Dinger, ey. Hier steht drauf, das ist das Beste. Das ist jetzt bestimmt wieder so ein leerer Karton. Nein. Oh mein Gott, die Jurassic Park Triologie. Leute, das ist jetzt ein bisschen doof, aber genau die habe ich schon in meinem Schrank stehen. Ich werde das jetzt an einen von euch verlosen und zwar an den craziesten Jurassic Park Fan. Schreibt mir in die Kommentare, warum ihr die krassesten Dino und Jurassic Park Fans seid. Und schreibt am besten auch noch euren Instagram Namen dazu, damit ich euch dann kontaktieren kann. Ohne Scheiß, ich bin immer noch geflasht, wie viele krasse Sachen ihr mir hier geschickt habt. Tut mir voll leid, wenn ich nicht alles perfekt auspacken und lesen konnte. Ich werde das natürlich alles noch machen, wenn ich die Zeit dafür habe, aber gerade sprengt das einfach den Rahmen. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank an alle von euch, die mir was gesendet haben. So Leute, und jetzt nochmal zum Verständnis, ihr müsst mir nichts schicken. Ihr seid nicht dazu verpflichtet, mir irgendwelche Post zu schicken. Aber wenn ihr das gerne machen wollt, dann achtet bitte drauf, mir das an diese Adresse, die ihr jetzt hier eingeblendet seht, zu schicken. Falls ihr jetzt noch irgendwas an die alte Adresse geschickt habt, keine Angst, das kommt auch an. Aber bitte alles neue auf die neue Adresse. Wummel und ich haben uns wirklich sehr gefreut. Na Wummel? Wenn ich das Video feindet, wenn ihr auch lachen musstet, dann gebt ihr auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Wir würden uns sehr darüber freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr meine Videos von mir sehen wollt. Und wenn wirtschaftlich wieder sagen, sehen wir uns bald wieder.